Die hat's reilig, so toll als Omb... Bomboch. Bomboch. Musik Die Menschen lächeln, wenn ich ihnen von Marionetten erzähle. Sie denken an Fäden, steife Arme, ruckartige Bewegungen. Näselstimme. Ich bin der Kaspar und ich bin der Sohn und ich bin der Sohn. Aber vergesst mich, erinnert euch, dass jene Marionette, über die ihr euch lustig macht, den Göttern nachgebildet tanzte an himmlischen Fäden. Nicht irgendwo verkamen, in irgendwelchen Puppenhäusern mit gemalten Vorhängen. Nein. Nein.